Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles beginnt mit einem Lächeln. Kauf bloß nicht diesen Schrott, weil wenn du das machst, dann schmeißt du nicht nur dein Geld aus dem Fenster, sondern du spielst mit Zahnproblemen und sogar Zahnschmerzen. Denn nicht alles, was die Industrie dir verspricht, die Werbung mit bunten Farben anpreist, ist auch gut für deine Zähne. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ja, diese Folge ist mal wieder so eine richtige Herzensangelegenheit für mich. Ich möchte mit dieser Folge einfach die Menschen und auch dich aufklären und bewahren, echten Schwachsinn zu kaufen, Menschen, die am Ende des Tages dir sogar richtig Probleme machen können. Und vielleicht musst du auch deine Kinder beschützen, weil Kinder googeln nicht, Kinder tik tocken. Und was das alles für einen Hintergrund hat, da steigen wir jetzt ein. Vor ein paar Wochen hat Sat.1 bei mir angefragt. Und ich war total happy und euphorisch und dachte, wow, mal gucken, Sat.1 Frühstücksfernsehen, worum geht es denn hier eigentlich? Und ja, das ist etwas gewesen, es hat sich ein bisschen hingezogen, weil ich noch im Urlaub war. Und dann haben wir noch telefoniert und ich habe gefragt, hey, worum geht es denn überhaupt? Und aufgrund dieser Fernsehanfrage ist mir dieses Thema noch mal so richtig bewusst geworden. Und Sat.1, noch ist es nicht ausgestrahlt. Ich werde dich gerne informieren, auch gerne auf Instagram. Verfolg mich da auch gerne. Dann werde ich dich rechtzeitig informieren, wann diese Folge Sat.1 Frühstücksfernsehen ausgestrahlt wird, wo ich mich letztendlich dem Format gestellt habe, drei Fragen an. Und in dieser Folge ging es natürlich drei Fragen an den Zahnarzt. So, und worum ging es? Es ging einfach darum, wie sinnvoll, sinnlos sind Bleaching-Sets aus der Drogerie, Zahnkorrekturschienen und Prophylaxe. So, und das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich es mir ja doch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, auch gerade auf meinem YouTube-Kanal, Produkte der Kosmetik- und Zahnindustrie, die doch ständig wächst, zu testen und dich vor Unheil zu bewahren. Weil, was heißt das am Ende des Tages? Es geht um Schönheit, es geht um gutes Aussehen, es geht um Beauty und es geht um Gesundheit. Und das ist ein riesiger Markt, wo große Firmen riesige Budgets reinballern, riesige Marketing-Abteilungen haben und die großen Player natürlich, ja, mitbekommen haben, dass das alles irgendwo heute schöne Zähne, weiße Zähne, ein extremes Statussymbol auch sind, gerade Zähne. Und ich bin dann wieder ein bisschen eingetaucht, weil ich dachte, gerade diese Zahnkorrekturschienen, das ist ein bisschen abgeflacht, aber scheint es nicht so zu sein. Und es gibt halt viele Produkte, ganz egal im Gesundheitsmarkt, ob das Supplements sind, ob das Vitamine sind, ob, wie kann ich jünger, besser und glücklicher aussehen? Das ist ja ein Markt, ich weiß nicht, wie es dir geht, da rutschst du ganz schnell in so einen Sog rein. Und wir alle, ich mache mich da auch überhaupt nicht frei von, haben schon Produkte gekauft, weil wir dachten, wir tun uns was Gutes. Wir dachten, wir tun uns was Gutes, haben das gekauft und am Ende, entweder es war für ein Po, weil es überhaupt nichts gebracht hat, ja, also ich, da erinnere ich mich auch an so ein paar Produkte, oder du hast gar keine Wirkung verspürt und am Ende dachtest, boah, ey, war jetzt ganz schön teuer, aber irgendwie gebracht hat das jetzt gar nichts. Und da schreib mir mal gerne, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Und ich möchte da halt jetzt mal einsteigen, weil es halt gerade auf den sozialen Plattformen wie YouTube, Instagram, TikTok, ja, da gibt es auch regelrechten Hate, den ich erfahre, wenn es darum geht, ach na ja, ihr Zahnärzte, ihr wollt uns ja nur abzocken, ihr wollt ja nur viel Geld verdienen, whatever. So, das ist natürlich etwas, was ich hier so ein bisschen einfach mal korrigieren möchte, weil am Ende des Tages, muss man ganz klar sagen, mit Bleaching verdienen Zahnärzte kein Geld. Ja, wir verdienen eigentlich unser Geld, wenn deine Zähne Schmerzen machen und wenn du Zahnersatz brauchst, das heißt Kronen, Teilkronen, Inlays, Veneers, Implantate, Brücken, also das ist das, womit Zahnärzte Geld verdienen. Und witzigerweise, wenn auch Kollegen auf den sozialen Plattformen was posten oder bei mir auf den Accounts ist das genauso, wenn wir da zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder zeigen, da geht es meistens nie so richtig um die Kohle. Das ist immer nur der Punkt bei Prophylaxe, die angeblich totale Abzocke ist, und das Bleaching. So, und da steigen wir jetzt mal ein. Weil es kann natürlich auch ganz anders laufen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest weiße Zähne, und wie gesagt, wenn du jetzt selber sagst, Och, mir ist meine Zahnfarbe alles egal, dann fühl dich völlig frei. Aber ich verspreche dir, wenn du zum Beispiel Kinder hast, dann könnte es vielleicht sein, dass dein Kind sich schon Produkte im Internet gekauft hat, wo du vielleicht gar nicht weißt, dass es das schon ausprobiert hat. Und vielleicht guckst du einfach mal im Badezimmer nach, was da so Lustiges rumsteht. Weil es gibt Zahnradierer, das ist auch so mit der größte Schwachsinn, den ich mal irgendwo getestet habe, dass Teenager sich ein Zahnradiergummi kaufen, um sich braune Verfärbung wegzuradieren. Was ist das Ende? Ja, könnte gegebenenfalls funktionieren, aber es ist wie Schmirgelpapier. Und der Zahnschmelz, der ja eigentlich, wenn du mit der Zunge über deinen Zahn drüber gehst, extrem glatt ist, ist aufgeraut. Und dann sind nach 2, 3, 4, 5 Wochen noch viel, viel mehr Verfärbung auf dieser Zahnoberfläche. Das heißt, du zerstörst deine Zahnoberfläche. Ein extrem wichtiges Produkt, was überall verkäuflich ist. Und da steigen wir jetzt ein, Zahnpasten. Welche sind die besten Zahnpasten? Wenn du mich länger kennst, weißt du, ich bin eigentlich ein Verfechter davon, regelmäßig zu wechseln. Aber, ein ganz großes Aber, auch die günstigen Marken, wie Colgate zum Beispiel, hat gefühlt, alle paar Monate eine neue Zahnpasta am Start, die gefühlt einen Euro 50 kosten. Aber da steht immer was mit Weißer, Whiter, Sanftes Weiß, was auch immer. Kauf das bitte nicht. Weil es gibt auch nicht immer Richtlinien, welche Sachen da aufgeführt werden müssen und welche nicht. Ganz ehrlich, wenn du die freie Wahl hast, lass die Finger davon. Und wie gesagt, für die Kinder kauft keine Weißmacher Zahnpasten, egal von welcher Firma. Es gibt Firmen, die von Influencern in der Beauty-Branche beschrieben und beworben werden. Es gibt die schwarzen Aktivkohlezahnpasten. Wie gesagt, habe ich jetzt letzte Woche ganz neu auch von Colgate gekauft für ein YouTube-Video, wo ich das auch nochmal beschrieben habe. Weil wir Zahnärzte, wir erkennen das. Wir erkennen das, wenn wir ein geschultes, langjähriges Zahnarztauge haben. Wir erkennen, dass Menschen diese Zahnpasten benutzt haben. Und ich verspreche dir, wenn der Zahnschmelz einmal weg ist, dann ist er weg. Und zwar unwiderruflich. Wenn du nicht Zahnersatz brauchst. Das heißt, ich habe gar kein Interesse da dran, jetzt zu sagen, benutzt das nicht. Weil wir könnten ja Kronen und Teilkronen drauf machen. Da merkst du diesen Schwachsinn. Aber ich finde nicht schlimmer, als wenn Menschen sich dieses Produkt kaufen und sie kriegen überall allempfindliche Zähne. Weil du ballerst dir überall diese Zahnschutzschicht weg. Es gibt nichts Verrückteres. Ja, so. Ähnlich ist es jetzt, wie zum Beispiel Sat1 mich gefragt hat, mit diesen Zahnbleaching-Sets. So. Es gibt ja diese Stripes, die man sich kaufen kann. Es gibt Bleaching-Sets. Gefühlt auch, findest du, wenn du alle drei Monate irgendwie in die Drogerie gehst, findest du nie dasselbe. Weil das wird immer irgendwie ausgelistet, dann kommt ein Neues. Letztendlich ist es so, egal ob du dir dieses Stripes kaufst, habe ich auch getestet, die schmecken super eklig. Die löwen sich stellenweise sogar im Mund auf. Du hast überhaupt keine Ahnung, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Aber in den meisten Fällen ist halt gar nichts drin, was irgendwie so eine Bleichmittel- Tendenz haben könnte. Das heißt, du schmeißt jedes Mal, wenn du auf so einem Bleaching-Set kaufst, irgendwie 30, 40 Euro, das schmeißt du direkt in die Tonne. Das kannst du vergessen. Weil ich bin halt so ein Freund davon, kaufe einmal richtig und dann funktioniert es. Weil wenn du dir jetzt überlegst, du kaufst halt mehrere Produkte, die immer so Kleckerbeträge 30, 40 Euro kosten. Aber es bringt nichts und du bist trotzdem noch gehypt, dass du weiße Zähne haben möchtest und kaufst das nächste Produkt und das nächste Produkt und das grauenvollste, was es gerade für die Jugend gibt momentan, ist auf TikTok das High Smile, ich weiß nicht, ob du es kennst, High Smile, das ist so ein lila Shampoo wird es quasi verkauft. Das arbeitet so ein bisschen mit Komplementäreffekten, dass du quasi einen visuellen anderen Effekt hast, den wir auch ausprobiert haben, an meiner Mitarbeiterin und da passiert gar nichts. Da passiert nichts. Ja, so. Jetzt ist es aber so, dass es mittlerweile auch nicht nur die großen Player als Influencer gibt, sondern du kannst dich als Teenager auf Plattformen anmelden, wo du ein kleines Budget bekommst, wenn du kleine Videos produzierst, wo du sagst, boah, war ein geiles Produkt, meine Zähne sind weißer. So. Jetzt kann man natürlich mit tausend Filtern arbeiten. Gerade auf TikTok gibt es sogar Filter, die wirklich nur die Zähne weißer machen. Das heißt, wir leben in einer absoluten Fake-Welt, wo wir aber auch vor allen Dingen unsere Kinder beschützen müssen, dass sie eben auch dieses Produkt kostet um die 35 Euro, was eben direkt verbranntes Geld ist. Deswegen, das ist etwas, boah, also das ist etwas, wo du Geld verbrennst. So, wir hatten die Whitening-Zahnpasten, die sogar empfindliche, schmerzhafte Zähne machen können. Und ich habe immer wieder ab und an Teenager, die dann ganz tief bei mir im Zahnarztstuhl versinken, wenn ich sie darauf anspreche und sage, ja, habe ich mir gekauft. Blöd. Ne? Weil das ist absolut blöd. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und zwar, wenn wir jetzt wirklich sagen, Zahnärzte zocken dich ja nur ab. Also, wenn ich das schon höre, also ganz ehrlich, wir machen ja nur Reparaturmedizin. Also, dieses Elend hast du dir letztendlich auch irgendwo produziert und wir helfen dir. So, wenn du jetzt wirklich weiße Zähne haben möchtest, dann gibt es eben auch die, das Problem, dass du vielleicht gar nicht geeignet bist, diese Produkte anzuwenden, weil du zum Beispiel Löcher hast, weil du undichte Füllungen hast, weil du undichte Kronen hast, das ist das Erste, wir nicht genau wissen, was da für chemische Substanzen in diesem Mist drin sind, kann es halt irgendwo reinkriechen und deinen Zahnnerv auch schädigen, aber keine weißen Zähne machen. So, und deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, dass wir das kontrolliert beim Zahnarzt machen. Das heißt, was es immer bei mir in der Zahnarztpraxis gibt, ist ein Zahncheck ab, bist du überhaupt geeignet für solche Geschichten. Und dann können wir überlegen, wenn du gebleached bist, was hat das auch für Auswirkungen für dich langfristig. Das heißt, gibt es zum Beispiel eine Krone, die wir dann austauschen müssen? Gibt es eine Füllung, die dann nicht mehr passt? Das sind alles so Sachen, die wir vorher besprechen müssen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Zahnkorrekturschienen. Das ist auch etwas, wo ich dachte, dass die Flut an Anfang so ein bisschen abgenommen hat, aber scheinbar nicht. es gibt immer noch Menschen, die Zahnkorrekturschienen im Internet kaufen. Und ich warne davor, und zwar aus folgendem Grund. Die Menschen, die das machen, müssen diese Schienen erstens 23 Stunden am Tag tragen. Das heißt, du brauchst eine unheimliche Disziplin, dass du diese Schienen wirklich trägst, nur beim Essen darfst du sie rausnehmen. Das ist schon mal das Erste. Dann ist es so, du musst irgendwie selber versuchen, dir Abdrücke zu nehmen. Das ist jetzt auch nicht wirklich so was, was die meisten hinbekommen. Und du schickst da irgendwie nur Fotos hin, aber du hast, und das ist der springende Punkt, keine Röntgenbilder. Und die vernünftigen Fachzahnärzte für Kieferorthopädie haben eine Facharztausbildung dafür. Das heißt, sie lernen, auch Röntgenbilder, die im Internet natürlich nicht gemacht werden, zu lesen und zwar auszumessen. Es werden mehrere Röntgenbilder in verschiedenen Ebenen gemacht, wo es ganz wichtig ist, auch gewisse Winkel des Schädels so auszumessen, um das Ganze zu planen. Das heißt, du kannst selber gar nicht einschätzen, geht das überhaupt bei dir, weil komplexe Kieferorthopädische Fälle gehören auch in Kieferorthopädische Hand. Ja, das ist meine persönliche Meinung, deswegen arbeite ich auch nicht als Kieferorthopäde, da gibt es Profis für. Diese Zahnkorrekturschienen funktionieren in meinen Augen auch nur, wenn du zum Zahnarzt gehst, zum Kieferorthopäden, der sich damit beschäftigt, eine Diagnostik macht und dann ist es auch nur so, wenn du dir vorstellst, du hast zum Beispiel einen ganz kleinen bisschen gedrehten Frontzahn oder Frontzähne überlappen sich ein bisschen, das kann schon richtig doof aussehen, da gebe ich dir vollkommen recht und dann kann man das mit diesen Schienen korrigieren, aber es gibt halt, wenn du das im Internet machst, auch immer wieder, ich bin da in die Recherche gegangen, Fälle, wo am Ende des Tages das Zahnproblem größer war als vorher. Deswegen warne ich davor, weil das Einzige, was die Menschen catcht, sind die extrem geringen monatlichen Zahlungsraten, die diese Anbieter anbieten und da muss man sich eben immer wieder sagen, wer billig kauft, kauft meistens doppelt und das ist etwas egal, ob es manchmal darum geht, Zähne sich in der Türkei machen zu lassen oder whatever, da möchte ich nicht drüber judgen, das möchte jeder selber entscheiden. Aber die Gefahr ist, ja, kieferorthopädische Behandlung ist teuer, aber dann mach es lieber einmal richtig, als wenn du doppelt bezahlst. So, und jetzt ist noch etwas, was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, was Zahnprobleme extrem machen kann, kauf das bitte nicht, ich bin entsetzt, wirklich entsetzt. Ich habe etwas gekauft im Supermarkt, das ist eine Mundspüllösung für Kids, ich dachte, ich kriege einen Anfall. Das sind Produkte, Mundspüllösungen brauchst du nicht. Alles, was mit Mundhygiene zu tun hat, hat etwas mit mechanischer Reinigung und Ernährung zu tun. Das heißt, dein Kind, diese Mundspüllösungen werden, ich glaube, zwischen dem dritten, sechsten, bis zehnten Lebensjahr empfohlen. Warum? Wir müssen begreifen, dass wir nicht die einfache blaue Pille nehmen können und die Zähne sind gesund und so ähnlich ist es mit der Mundspüllösung. Wenn du dir jetzt vorstellst, dein Kind schluckt diese reine Chemie, hast du nichts gewonnen, weil putz bitte deinem Kind die Zähne nach und zwar bis zum zehnten Lebensjahr und versuch dir nicht die Arbeit einfacher zu machen, indem du deinem Kind eine Mundspüllösung hinstellst. Das ist totaler Schwachsinn, weil dein Kind das gegebenenfalls sogar schluckt und wir machen nicht nur die bösen Keime kaputt, sondern auch die guten und jetzt kommt der sprengende Punkt. Wir müssen alle wieder lernen, dass der Kopf nicht vom Körper abgeschnitten ist. Wir sind eine Einheit und diese Mundflora, diese Keime und Bakterien, die wir alle haben, sind verbunden mit unserer Darmflora und dieses ganze Mikrobiom, das hängt zusammen und wenn wir da jetzt immer Chemie drauf schütten und viele von euch kennen das vielleicht, dass sie eine komische Mundschleimhaut haben, dass das so komisch brennt, dass die sich ablöst, das lebe ich immer wieder in meiner Zahnarztpraxis, bitte noch weiter hoch, es war mir wirklich eine Herzensangelegenheit und wenn du jetzt jemanden kennst, der sowas vielleicht kauft, dann teile bitte diese Podcast-Folge, damit mehr Menschen einfach aufgeklärt werden, dass nicht alles, was du kaufen kannst, auch gut ist. Viele Menschen fragen mich immer, warum kann man das denn dann kaufen? Überleg mal, Zigaretten und Alkohol kannst du auch überall kaufen? Du musst selber entscheiden, du musst versuchen, gewisse Sachen einfach gar nicht zu sehen und zu verstehen, dass du das nicht brauchst. Investiere das Geld lieber in eine vernünftige Schallzahnbürste, investiere lieber mal in eine vernünftige Prophylaxe und kauf dir nicht jede alle zwei Wochen eine teure Mundspüllösung, die dir irgendwie alles weg ätzt und weg brennt. So und am Ende dieser Folge freue ich mich noch, wenn du dir jetzt nochmal 20 Sekunden Zeit nimmst, den Podcast bewertest, eine Rezession schreibst, gerne wie gesagt diese Podcast Folge teilst, damit mehr Menschen davon profitieren. Der Podcast weiter in die Sichtbarkeit ploppt, das würde mich total motivieren, weiterhin hier kostenlosen Content für dich rauszuhauen, was mich extrem freut. Bis zur nächsten Folge, bleib bitte gesund, ciao. Ciao.